Wie ist das? Wie ist das? Also, dieser Kampfrichterzeichen, wer noch Fragen hatte, dann ist hier völlig unverständlich, das Kampf fragen. Wir machen mal den Raw-Bank drücken, machen wir nur einen Kampfrichter, bei der Weltkampfklasse 3. Ganz normal, nach normalen Rücken, ne? Die VWK, Doktor, Achim, Vosga. 182, ein Applaus, Walter Körger aus Köln! Oh, macht er das schön! Es war fast weihnachtlich 200 kg, für den aus Köln angereisten Walde-Kurler, Städtehöhe 6, bitte! 2,5! 2,5! 10,5! Verschluss! Für 200! 2,5! 10,5! Verschluss! Jawoll, Walter Auge! So, meine Damen und Herren, das Urge-Steine-Bank drücken, Walter Körger aus Köln! 200! Du hast mich! Du hast mich! Du hast! Start! Du hast mich! Nice! 200, meine Damen und Herren! Vorhin schon mal der Raw-Klasse gesehen! Walter Körger aus Köln! Und 10,5! Über 200! Auf die Bühne! Walter Körger aus Köln! 2,5! 2,5! 1,5! 2,5! 2,5! 2,5! 1,5! 2,5! Das ist so schicke. Und hier haben wir es. Hier ist der Walter Kohler aus Köln. 200 Rock! And now we're going to get up. Holger! Holger! 200 Kilo an Walter Kohler!